In diesem schnellen Video gehe ich einmal darauf ein, wie man die 180-Tage-Voll-Version von G-Data freischaltet. Bleibt dran! Hallo, mein Name ist René Steljes, ich bin Gründer vom RSI-T-Service und normalerweise sieht man mich vor der Kamera, aber dadurch, was die Frage öfters mal aufgekommen ist, wie man das jetzt genau freischaltet mit dem G-Data, habe ich mich dazu entschlossen, ein Video eben vorzuziehen und zwar das Video mit der Freischaltung. Deswegen sitzen wir hier am Computer und ich habe mein G-Data hier schon installiert und sofern du es noch nicht gemacht hast, guck bitte jetzt in die Infokarte, da habe ich ein Video drin, welches erklärt, wie man das Programm installiert. Wir haben hier jetzt den Fall, ich habe den Rechner eben gerade gestartet, dass die Virendefinition veraltet ist, sollte dieser Hinweis mal bei dir auftauchen, dann ist das kein Problem, denn in vier Minuten würde er das nächste Update machen. Ich schütze das jetzt einmal per Hand an, damit hier alles okay ist. Das funktioniert einfach, indem man hier auf diesen Doppelkreis geklickt hat, wie ich es gerade gemacht habe und jetzt geht G-Data hin und kümmert sich um das Update. Das kann einen kleinen Augenblick dauern. Wenn jetzt nun steht, Update ist erfolgreich, dann können wir das Ganze schließen und jetzt ist auch alles grün. So und jetzt zum eigentlichen Teil dieses Videos und zwar der Freischaltung von G-Data. Wenn du das G-Data jetzt gerade frisch installierst, dann wirst du während des Installationsprozesses irgendwann gefragt, wie du das G-Data aktivieren möchtest. Und zwar einmal die Vollversion oder einmal die Testversion. Wenn du dich an das Video gehalten hast, welches ich gezeigt habe, um das G-Data zu installieren, dann wirst du ja jetzt auch eine Testversion haben. Dann musst du einmal hier auf Zugangsdaten klicken und im Installationsassistenten klickst du bitte einmal auf Vollversion. Und dann gibt es hier den Punkt Neue Lizenz aktivieren. Das gleiche müsstest du denn auch bei deinem anderen G-Data einrichten. Du klickst also jetzt hier auf Neue Lizenz aktivieren und dann bekomme ich hier jetzt die Meldung, was die Testversion bereits registriert wurde und ob wir eine erneute Registrierung vornehmen wollen. Das bestätigen wir mit Ja. Dann musst du natürlich, wenn du die Software gerade neu installierst, nicht machen. Und hier hast du jetzt eine Eingabemaske, wo du im Prinzip die Lizenznummer, welche du von mir bekommen hast, einmal eingibst. Und dann musst du hier noch deine Daten eingeben und die E-Mail-Adresse. Und als E-Mail-Adresse bitte dann auch die E-Mail-Adresse verwenden, über die du bei mir die Lizenz angefordert hast. Die E-Mail-Adresse muss zweimal eingegeben werden, so wie ich das hier gerade gemacht habe. Und hier unten den Haken brauchen wir nicht zu ersetzen, das ist einfach nur für weitere Werbung. Und dann klicken wir auf Jetzt aktivieren. Sollte es zu so einem Fehler kommen, kein Problem, einfach auf OK klicken und das Ganze nochmal probieren. Und sollte es zu dieser Fehlermeldung kommen, dann ist vermutlich irgendwo beim Code irgendwas falsch gegangen. Also kontrollieren wir das Ganze nochmal. Und den Fehler habe ich, denke ich, auch mal ganz schnell gefunden, denn das ist ein S und keine 5. Also wieder auf Jetzt aktivieren. Und jetzt wurde das Ganze freigeschaltet. Wir sehen, die Benutzerdaten haben sich hier jetzt einmal geändert. Ich sehe die Gültigkeit der Lizenz hier. Das heißt, ich kann jetzt hier auf Übernehmen und auf OK klicken. Es sollte sich dann auch bei dir der Internetbrowser öffnen und du bekommst hier eigentlich nochmal eine Bestätigung von G-Data, dass die Software erfolgreich installiert wurde und das bedeutet auch die Freischaltung hat geklappt. Ich schließe den Browser jetzt wieder und sehe hier jetzt auch, dass die Lizenz gültig ist und ich sie entsprechend jetzt verwenden kann. Wenn du das auch siehst, dann herzlichen Glückwunsch. Damit hat das mit der Freischaltung geklappt. Und falls du dich gerade fragst, warum ich dieses Video hier mache, Es liegt einfach daran, dass mir G-Data zurzeit die Möglichkeit gibt, dass ich eine Vollversion für 180 Tage kostenlos von dieser Software rausgeben kann. Und falls du Interesse daran hast, dann kontaktiere mich doch bitte über das Kontaktformular, welches du jetzt in der Infocard findest. Oder über die E-Mail-Adresse, die jetzt eingeblendet ist. Und schreibe mir, was du Interesse daran hast. Ich muss aber dazu sagen, der erste Schwung Lizenzen ist schon weg. Und ich habe jetzt neue reinbekommen und wieder nur, solange der Vorrat reicht. Wenn dir das Video gefallen hat, vergesst bitte nicht den Daumen nach oben. Und ich würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, damit du immer auf dem neuesten Stand bleibst. Und ich würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst.